Das Geile bei Diffros 2 ist, bis heute hat es das Sessionmässige behalten. Es lebt immer vom Improvisierten, auch ein halbes Jahr später, neun Monate später, nach dem ersten Konzert. Alle haben wahnsinnig Spass. Es hat natürlich ganz eine andere Dynamik, als wenn du zu sechs unterwegs bist. Momentan sind wir ja zu 13 unterwegs. Frauen sind dabei, das hält die Stimmung meistens im positiven Sinne. Und ja, das ist schon geil. Ich muss sagen, auch jeder der Band, du siehst, jeder lacht noch. Es ist immer noch okay und das heisst wahrscheinlich, dass das Produkt ziemlich gut ist.